Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner, das war ein Befehl zu widersetzen! Sie sind schon. Der Angriff Steiner, das ist eine aktuelle Stimmers. Sie sind die Fluss des deutschen Volkskubst. Sie sind ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält. Jahrelang hat das militärvolle Aktionen nur verhindert. Es hat mit denen nur effektive Widerstand in den Weg gelegt. Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle hohen Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch.